Guten Morgen, ihr Lieben hier vor Ort, guten Morgen, ihr Zuhause, wo immer ihr auch gerade steckt. Und wir wollen jetzt einfach das Wort Gottes betrachten und zwar möchte ich ein Stück Fortsetzung nehmen, vom letzten Mal, um ein Thema heute lautet Christus und die Welt. Und es geht eigentlich um die Frage, wie sollen wir als Christen eigentlich diesem Leben, in dem wir hier ja Leben gegenüberstehen? Sollen wir es genießen? Es gibt ja richtig eine Sendung, genieße dein Leben. Oder sollen wir es ablehnen? Ich meine, immerhin sagt Jesus, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Also was sollen wir nun machen? Genießen oder hassen? Und überhaupt mit dieser Welt, Jesus redet ja von der Welt, was ist die Welt überhaupt? Ist die Welt eigentlich böse? So wie ein kleiner Junge, das mal sagte, Papa, mach die Tür zu, sonst kommen die Weltmenschen rein. Also ist die Welt böse? Ist alles, was draußen ist, böse? Oder nach den Worten Jesu, er sagt ja auch, euch kann die Welt nicht hassen, sagt er zu seinen Jüngern. Mich dagegen hasst sie, weil ich sage, dass ihre Taten böse sind. Oder Paulus sagt auch im Galaterbrief, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Also irgendwie entsteht ja ein Gegensatz zur Welt. Wenn wir Christen sind, das funktioniert anscheinend nicht zusammen. Welt und Christus, die stehen sich irgendwie gegenüber. Ist die Welt jetzt böse? Was ist überhaupt die Welt? Und so sagte Petrus zum Beispiel, auch gegenüber den Gaben, die Gott uns gegeben hat, sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt worden, damit ihr durch ihr Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Und dann sagt er, die entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Also welche Rolle spielt die Welt? Sind wir Weltfeinde? Sind wir Weltfremd? Sind wir Weltfreunde? Was sind wir überhaupt? Und wie steht Christus zur Welt? Und was bedeutet überhaupt die Welt? Nun, ihr Lieben, heute Abend feiern wir eine Taufe. Im kleinen Kreis, das ist ja nun leider Corona-bedingt, aber wir werden hier heute Nachmittag das Wasser einlassen und acht Menschen in den Tod Jesu Christi taufen und wir freuen uns darüber. Und zur Bedeutung der Taufe schreibt Paulus im Römerbrief einmal Folgendes. Da sagt er in Römer 6, Vers 3, Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert, nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Ja, also immer dieser Kontrast. Christus und die Welt sind irgendwie inkompatibel. Und auch wir, wenn wir uns taufen lassen, dann bekunden wir oder bekennen wir, dass wir jetzt mit Christus gestorben sind. Das heißt, dass unser altes Leben jetzt nicht mehr existiert. Wir leben zwar noch hier, aber wir leben jetzt für Christus. Wir leben jetzt in einem neuen Leben. Was ist damit gemeint? Wir leben doch auch in dieser Welt. Was bedeutet die Welt? Und ich möchte es einmal versuchen näher zu erklären. Also wenn wir einmal unsere Augen auftun, dann sehen wir ja im Grunde genommen erst einmal, es kommt gerade darauf an, wo wir sind, aber so im Großen und Ganzen sehen wir die Schönheit der Welt. Wir sehen, wie schön sie ist, wenn wir verreisen, wenn wir ans Meer fahren und so die Weite des Meeres sehen. Am Strand sitzen oder in den Bergen und dann so diese erhabenen Berge und diese ganze Schönheit, diese Pracht sehen. Da hat ja jemand auch mal ein Lied geschrieben. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und da besinkt er eigentlich die Schönheit dieser Welt. Also er besinkt so gar nichts Böses, sondern die Welt ist ja Gottes Schöpfung. Sie ist ja schön, aber ich dachte, sie ist böse. Was ist denn jetzt mit der Welt? Ist sie jetzt schön oder schlecht? Gut oder böse? Also ich denke, um es deutlich zu machen, natürlich ist diese Welt, wie Gott sie geschaffen hat, wunderschön. Das hat er ja schon in der Schöpfungsgeschichte gesagt. Und siehe, es ist gut. Und als er den Menschen schuf, sagt er sogar, und siehe, es ist sehr gut. Die Welt ist schön und der Mensch ist auch schön. Aber was auf der anderen Seite mit der Welt gemeint ist in der Bibel, das sind jetzt nicht die erhabenen Berge und die schöne Natur, sondern das ist ein System. Ein System, ein Geist. Und zwar etwas, was die Menschen und überhaupt die gesamte Schöpfung knechtet. Also die Bibel nennt das Sünde. Und Sünde heißt, um es nochmal genau zu erklären, Sünde heißt Zielverfehlung. Also ein System, was dazu führt, dass wir und die gesamte Schöpfung, das Ziel, also das, worauf eigentlich alles hinausläuft, da, wofür Gott uns geschaffen hat, dass das quasi verfehlt wird. Dass wir daran vorbeirasen. Das ist wie, wenn man eine Mission zum Mars macht und die Rakete jagt am Mars vorbei. Es ist zwar eine tolle Rakete und was weiß ich, aber sie hat das Ziel verfehlt. Sünde heißt Zielverfehlung. Und es steckt ein System in dieser Welt, und zwar in uns allen, es steckt ein System, was alle Menschen uns eingeschlossen versucht, dahin zu bringen, unser eigentliches Ziel, wofür wir leben, wofür wir da sind, zu verfehlen. Und das nennt die Bibel Sünde. Das sind jetzt also nicht nur moralisch schlechte Dinge, sondern das ist ganz schlicht die Zielverfehlung, dass wir an dem Ziel vorbeijagen. Und das Ziel, das wissen wir Christen ja genau, das Ziel ist Christus. Er ist das A und das O. Er ist der Anfang und das Ende. Auf ihn läuft alles hinaus. Und wenn wir ihn verfehlen, dann verfehlen wir das Ziel, wofür uns Gott geschaffen hat. Aber wir sehen auch, wie dieses System im Grunde genommen Böses erzeugt in der Welt. Also man hat sich ja immer versucht zu erklären, woher das Böse kommt. Und die meisten Menschen haben eine Erklärung, die ungefähr so lautet, von mir schon mal nicht, sondern von irgendwo anders, irgendwelchen anderen, also irgendwo muss es ja herkommen. Und diejenigen, die an das Gute im Menschen glauben, die finden darauf auch schwer eine Antwort. Sie sagen dann, durch die Umstände kommt das Böse. Ja nun gut, aber die Umstände erzeugen wir ja mit. Sogar sehr stark. Also wo kommt das Böse her? Und wie das Böse funktioniert, das sehen wir zum Beispiel in der Pandemiezeit jetzt ganz deutlich. Ganz am Anfang, erinnert ihr euch noch, waren wir alle solidarisch. Da haben wir gesagt, Bundeskanzlerin Merkel sagte, es ist sehr gefährlich, wir müssen uns alle zusammenreißen, wir müssen jetzt alles runterfahren. und wir haben alle mehr oder weniger, aber fast alle haben da richtig mitgemacht und waren alle solidarisch. Aber so im Laufe der Zeit ist plötzlich mehr und mehr jeder sich selbst der Nächste. Oben in der Politik, die lieben Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und auch im privaten Leben, die Quer- und die Vor- und die Nachdenker und was weiß ich alles. Jeder ist sich plötzlich selbst der Nächste, jeder erfindet sein eigenes System. Die Länder sind nicht mehr solidarisch miteinander, das waren sie ja schon bei der Flüchtlingskrise nicht mehr, sondern sie waren sich plötzlich selbst die Nächsten. Deutschland, wo wir doch immer sagten, wir wollen solidarisch mit Europa sein, wir kaufen jetzt Sputnik V und so weiter. Also irgendwo ist sich jeder selbst der Nächste und sieht zu, dass er das abgraben kann, was er abgraben kann und im Grunde genommen interessieren uns auch die Flüchtlinge gar kaum mehr auf dem Mittelmeer und uns interessieren auch nicht die Entwicklungsländer, wie viel Impfstoff die haben oder so. Es gibt zwar Gruppen, die sich dafür interessieren, aber so im Großen und Ganzen wollen wir erstmal haben und wir merken, wie das Böse in der Pandemie allmählich durchsickert und wie umso länger die Zeit ins Land geht, umso mehr kommen wir plötzlich in Ressourcenstreitereien, wollen das Beste abhaben, wollen das Beste bekommen, wollen nicht quasi daneben liegen, fallen gelassen werden und so fangen dann die Kämpfe an, erstmal sind es dann Wirtschaftskämpfe oder was es auch immer sei und wir merken so allmählich, wie das Böse, was nämlich das Ziel verfehlt und das Ziel der Pandemie ist, dass wir sie besiegen, war ganz einfach und wenn wir sie nicht besiegen, weil wir völlig diffus und durcheinander sind, dann haben wir das Ziel verfehlt und das ist Böse, das ist Böse. Selbst wenn Leute meinen, es gut zu meinen, wenn das Ziel verfehlt wird, ist es Böse. Wenn ich jemanden in Steuer greife und meine es gut und das Auto kommt ins Schleudern, dann ist das Resultat Böse, selbst wenn ich es gut gemeint habe. Also wir merken, wie das Ganze so durchsickert. Oder ich will mal einige Beispiele nennen, da gibt es zum Beispiel den Wunsch, die Schöpfung zu bewahren. Das hören wir ja öfters, wir müssen die Schöpfung bewahren. Warum sagt man überhaupt, dass wir die Schöpfung bewahren müssen? Weil wir sie zerstören. Also wir sagen, wir müssen die Schöpfung bewahren, weil sie permanent zerstört wird. Das heißt, wir zerstören Leben, anstatt es zu erhalten. Und selbst diejenigen, die sagen, oder einige von denen, die sagen, wir müssen die Schöpfung bewahren, die haben plötzlich kein Gefühl mehr für das ungeborene Leben. Das ist für sie plötzlich, wie soll ich sagen, minderwertig fast. Zumindest bis zur zwölften Woche. Ich begreife es ja nicht. Aber plötzlich zählt das nicht mehr. Wir zerstören unser eigenes Leben. Und wir nennen es dann anders. Wir nennen es dann Schwangerschaftsabbruch. Und da merkt man, wie perfide wir geworden sind. Wir nennen es Schwangerschaftsabbruch. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wir zerstören ein werdendes Leben und nennen das Schwangerschaftsabbruch. Was geht in uns vor? Also ich glaube, das System, was uns hier knechtet und das Böse in der Welt, das ist wirklich da. Wir widersprechen uns selbst. Unsere eigenen Vorsätze, die wir haben, wir wollen, dass alle Menschen leben, wir wollen und so weiter, wir wollen, dass es ihnen gut geht, den widersprechen wir durch unsere eigenen Handlungen. Denn am Ende ist sich jeder selbst der Nächste und so geht es immer weiter und immer weiter. Dieses System, ihr Lieben, das herrscht nicht nur in den großen, sagen wir mal, in den Machthabern, wo wir das vielleicht so beobachten und sagen, guck doch mal die an und guck doch mal jene an. Das herrscht in uns allen. Es ist ein System, was uns einfach beherrschen will und ihr Lieben, das geht auch an den Christen nicht vorbei. Viele von euch wissen, wie es ist, wenn zum Beispiel eine Gemeinde mal in Streit gerät. Dann ist sich plötzlich auch unter den Christen jeder selbst der Nächste und da merken wir manchmal, wie weit wir diesem System schon entflohen sind und wie weit wir drinstecken. Wie weit wir selber plötzlich unsere Dinge abgraben wollen und sehen, dass wir unsere Fälle irgendwie halten, was mit dem anderen passiert, ist uns da nicht mehr so wichtig und so weiter. Und all das, ihr Lieben, das richtet am Ende die Welt zugrunde. Das richtet die Menschen zugrunde und zwar nicht nur die Umwelt, sondern vor allen Dingen die Innenwelt. Unsere Seele richtet das zugrunde. Und selbst in einem freien Land wie dem unsrigen sagt man, die Leute werden oft gefühlskalt. Ihnen sind bestimmte Dinge egal. Denkt man nur an die Gaffer bei den Unfällen und so weiter. Man fragt sich, was ist mit den Menschen los? Ja, aber das sind nicht immer nur die anderen. sondern es ist ein System, was uns knechtet. Und es geht auch nicht darum, dass wir mit Fingern auf anderen zeigen und sagen, was habt ihr denn gemacht und was macht ihr denn und so, sondern es geht darum, dass wir frei werden von diesem System. Und ihr merkt, die Welt, so schön sie auch von der Natur her ist, die trägt etwas in sich, ein System in sich, das treibt uns dazu, dass wir genau das kaputt machen, was wir lieben. Und zwar in jeder Beziehung. Wie viele Ehen sind schon kaputt gegangen, wo Leute sich danach sehr bedauert haben, dass es so weit gekommen ist. Denn eigentlich wollten sie doch bis ins späte Alter und so weiter. Aber irgendwie schaffen wir es, wie so ein Kind, was einen Turm baut, den Turm wieder zu zerstören. Das ist ein System und die Bibel nennt das Sünde und das ist der Geist dieser Welt. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir der Schönheit dieser Welt entfliehen. Es geht nicht darum, dass ein schönes Essen immer noch ein schönes Essen ist, sondern es geht darum, dass wir dem Geist entfliehen, diesem System dieser Welt. Aber wer kann uns da freimachen? Und das größte Gift, ihr Lieben, was quasi in dieser Welt existiert, das sind noch nicht mal die Fehlhandlungen, sondern das ist die Scheinheiligkeit. Wenn ihr mal Jesus beobachtet, die Menschengruppe, die Jesus eigentlich fast ausschließlich angegriffen hat, das waren weder die Zöllner noch die Prostituierten noch irgendwelche Leute da, sondern das waren die Scheinheiligen. Das waren fromme oder frömmelnde Leute, die etwas sagten, was sie nicht taten. Die Scheinheiligkeit, dass man so tut, als ob man gut ist und in Wirklichkeit produziert man unter dem Strich, unter der Decke Böses. Und wir erleben das an allen Ecken und Kanten. Wir haben das in der Flüchtlingskrise erlebt, wir erleben das jetzt in der Pandemie, wir erleben das in so vielen Punkten und es ist kein Vorwurf, sondern es ist nur die große Frage, wie kommen wir da raus? Wie entfliehen wir diesem System? Denn es steckt in uns allen. Es steckt in uns allen. Dieses Fingerzeigen auf andere, das ist völlig unsinnig, weil gefangen sind wir alle und nur einer kann uns freimachen und das wird kein Mensch sein. Man hat ja versucht, in der Vergangenheit Wege zu finden, zum Beispiel, das ist so die letzte große Errungenschaft, die Vernunft. Man dachte ja, dass man mit Vernunft die Probleme klären kann. Nur wenn wir mal ganz genau hinschauen, auch die Vernunft beugt sich diesem System. Auch die Vernunft denkt manchmal Dinge vernünftig, nur weil sie einem passen. Und dann haben wir das System der Toleranz. Aber wir entdecken, Toleranz wird oft nur gefordert, aber nicht gelebt. Menschen, die Toleranz fordern, sind bei Weitem noch nicht tolerant, sondern sie möchten, dass man sie mit ihrem Handeln und Tun anerkennt, aber nicht, dass sie andere anerkennt. Da werden sie ganz intolerant. Also das ist eine Scheinheiligkeit und das ist das Problem und in der sind wir alle gefangen. Alle. Und es gibt nur einen, der uns da rausholen kann und das ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der uns aus dieser Gefangenschaft herausholen kann. Paulus hat es selber so beschrieben. Er sagt, das, was ich will, das tue ich gar nicht. Er selber war gefangen in diesem System und hat das erklärt. Das ist auch so. Und wenn wir kritisch sitzen in irgendwelchen Talkrunden und sagen, was hast du denn schon wieder gemacht, was hast du denn schon wieder gemacht. Nein, nein, das ist nicht das Problem. Jesaja hat auch mal so geredet. Ihr Heuchler und ihr diejenigen, die ihr da was macht und so weiter. Aber am Ende hat er gesagt, ich armer Mensch. Weil er entdeckte, dass er genauso ein Gefangener ist wie alle anderen auch. Wir sitzen alle in einem Boot, quasi auf einem Sklavenschiff und wer holt uns da raus? Wer holt uns da raus? Und das ist eben Jesus Christus. Auch die Vernunft kann uns da nicht rausholen, sondern es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Ihr Lieben, wenn uns jemand beherrscht, dann müssen wir frei werden davon und dann muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Ich möchte das einmal erklären, wenn jemand zum Beispiel einen Vertrag gemacht hat mit einer anderen Person und die knebelt ihn nun oder einer Firma und diese Firma knebelt die Person nun, die muss immer weiterzahlen und immer weiterzahlen. Vielleicht habt ihr auch so ein paar Verträge gemacht, die sich dann immer alle Jahre erweitern und dann kommt man nicht wieder raus und dann muss man immer schön weiterzahlen und kann vielleicht nicht mehr zahlen und wenn jetzt jemand kommt und sagt, du pass auf, ich zahle dich aus. Ich zahle dich aus. Dann sind wir frei. Nur was machen wir mit der Freiheit? Unterschreiben wir den nächsten Vertrag? Das ist ja die Frage. Was kommt eigentlich hinter dieser ersten Befreiung? Und hinter dieser ersten Befreiung, die die Bibel Vergebung nennt, das Jesus für uns bezahlt hat mit dem Tod. Er hat das, worauf alles hinausläuft, in diesem System, dieses ganze Weltsystem arbeitet nur auf den Toten. Wir wollen leben, aber es erzeugt Tod. Trennung und am Ende Tod. Das ganze System und diesen ganzen Tod oder diese vielen, vielen Tode, die hat Gott auf einen fallen lassen, nämlich auf Jesus Christus, seinen Sohn, auch unseren Tod. Auch was wir erzeugt haben, wo wir mit dran beteiligt waren, bewusst oder unbewusst. Er hat es auf ihn fallen lassen. Er starb für uns. Jetzt sind wir frei. Aber was machen wir damit? Und jetzt geht es eben darum, dass wir bewusst diesem System entfliehen. Das heißt, dass wir die Welt quasi für uns kreuzigen und wir der Welt gekreuzigt sind. Dass wir mit Christus sterben. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht diesem System dienen und Christus. Das geht nicht. Sondern wir können nur einem Herrn dienen. Und wenn wir diesem System entfliehen wollen, dann müssen wir in ein anderes System hinein. Und das nennt Jesus das Reich Gottes. Das ist etwas Wunderschönes. Es ist ein Reich, in dem Gerechtigkeit herrscht. Ein Reich, in dem Gott regiert, der es gut mit uns meint, weil er uns geschaffen hat, der eine gute Zukunft für uns hat, der es schafft mit uns, dass wir unser Ziel nicht verfehlen. Das ist sein Reich. Aber wir müssen uns diesem Reich unterstellen. Das heißt, Christus das Steuer unseres Lebens übergeben, aus diesem alten System raus. Es ist ein Denksystem. Es ist ein Herrschaftswechsel, den wir dann vornehmen. Und so sagte das eben Paulus, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes. Deswegen ist ihm das so wichtig geworden, des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den wir die Welt gekreuzigt, nee, durch den mir, Entschuldigung, die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Es gibt einige Christen, die meinen, dass sie die Welt kreuzigen müssen. Dass sie also permanent der Welt vorwerfen müssen, wie böse sie ist. Leider ist es so, dass häufig, das muss ich mit großer Traurigkeit sagen, Leute, die so reden, meistens selbst noch im System drinstecken. Denn das ist ja das Weltsystem, das Fingerzeigen. Das ist ja das System, dass immer die anderen schuld sind. Nein, nein, wenn wir dem System entfliehen, dann bitten wir Gott darum, unter der Herrschaft Christi zu leben. Dann verändern wir einfach unser Leben, egal, was die anderen tun. Ohne ihnen etwas vorzuwerfen, das ist nicht unser Ding, sondern wir wollen ihnen einfach nur sagen, es gibt einen Weg raus aus dieser Gefangenschaft. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Das ist, das bedeutet das. Und so möchte ich uns einfach ermutigen, nicht nur die Vergebung Jesu in Anspruch zu nehmen, sondern die Erlösung. und die Erlösung bedeutet Loslösung von dem System dieser Welt. Und die Bindung an den Einzigen, der es wirklich gut mit uns meint, weil er für uns gestorben ist, weil er alles auf sich genommen hat, an Jesus Christus. Eigentlich ist es ganz einfach. Nur wisst ihr, wenn wir Jesus folgen und auf sein Wort eingehen, dann geht es nicht darum, dass wir mit ihm diskutieren, was denn vielleicht erlaubt oder nicht erlaubt ist. Dann geht es nicht darum, dass wir uns irgendwelche Freiräume versuchen zu machen außerhalb von Christus, sondern dann ist er unser Zuhause. Dann wollen wir keine Freiräume, sondern dann wollen wir ihn. ein bisschen ein bisschen Vielen Dank.